Es ist eine moralische Frage, an der ich hänge, und auch eine physische. Wie kann es sein, dass einer liebt und der von ihm Geliebte ihn ablehnt? Ist es denn nicht eine Sache, die nur gemeinsam, zumindest in einer Art Feedback-Schlaufe, entstehen könnte? Von der Seite der unerwiderten Liebe haben wir genug Berichte. Und angesichts ihrer und angesichts der Supermärkte und des Tourismus und vieler anderer vernunftloser Auswüchse der Einseitigkeit schiene mir, dass es sich hier um eine Delusion handeln könnte, eine reine Selbsttäuschung. Und es ist wieder kein Zufall, dass die Bebilderung von Delusionen eine Spezialität der Literatur ist. Dass Liebe eine absichtliche Verwirrung ist, weiß ich. Ich dachte aber immer, sie sei eine Verirrung in die Wahrheit aus einem Labyrinth von gesellschaftsformenden Lügen. Was mir jetzt zu denken gibt, ist die Frage, ob ich, indem ich eine Liebende ablehne, die Wahrheit verrate und mich dann zum Schutz vor ihrer Rache in ein Schutzbündnis mit der Gesellschaft begebe. Ich habe mich aus diesem Grund immer geweigert einzusehen, wenn sich jemand in mich verliebt hat. Und auch jetzt schiele ich nach dem bequemen Weg, zu behaupten, was diese Verliebten umtreibt, sei bloß ein Haarknäuel von Klischees, nicht Liebe. Sonst wäre ich ja ganz bei ihnen. Nun aber bin ich in der Lage, Bericht von der anderen Seite zu erstatten und willens, es mit dem besten Herzen zu tun. Ich zerschelle an anderer Leute Windschutzscheiben, alle sechs Beine von mir gestreckt, die letzten intakten Organe hörbar verröchelnd in meinem eigenen Blut. Es wäre nun sinnvoll, daraus ein Fazit zu ziehen, irgendetwas Philosophisches, was mich leiten könnte, wenn ich mir Prinzipien bastle, wie man einen Hemd krebt mit Kreide etc. Im Verdacht habe ich natürlich seit langem meine indulgierten Ideosynkrasien und wie mich genau wie die anderen die eigene Ängstlichkeit zu Monstern deformiert. Im Primis aber macht mir Sorgen, dass anscheinend meine Meinung, ich müsste zuerst mit mir selbst klarkommen, bevor ich mich anderen zumute, Brutalität erzeugt. Wie kommt das? Ich will gerade heraus meinen Ekel vor der ganzen Situation dieses Lebens ausdrücken, meine Unlust an diesem verblödeten Panorama mitzuwirken. Vielleicht ist das sogar dringlicher, als meine Sehnsucht vom Gegenteil überzeugt zu werden. Ist aber Ekel so diktatorisch überzeugend wie Liebe, so lässt er sich wohl ebenso wie sie in seine Einzelteile zergliedern. So schrecke ich erst mal zurück, um aus einer gewissen Entfernung fasziniert zuzusehen. So schrecke ich erst mal zurück.